und damit moin und herzlich willkommen zu einem wieder auf diesem kanal ich habe mal wieder ein paar frische clips zusammengeschnitten ich hoffe ihr habt spaß mit denen ansonsten schreibt mir gerne mal vorschläge für mein neues video in die kommentare bei denen ich gewisse challenges in real life machen will die ich von euch gestellt werden und schreibt ihr mir quasi in die kommentare im banarkostüm an und ziehe ich im banarkostüm an also seid kreativ und schreibt mir ein paar ideen in die kommentare ansonsten viel aus mit dem video willst du es was passiert ist wenn es passiert etwas ja bekanntlich liebe macht drin blinder ja kannst du mich vielleicht nach hause führen frühe war hier noch mehr girls unterwegs oder auch wenn sie 15 16 waren die mich dann ja geskippt teilweise jetzt ich habe nicht mal den elfjährigen getroffen ich weiß nicht ich habe dich gerade gefunden und hast du vielleicht ein navi dabei denn ich suche den weg zu deinem herzen ich bin immer so scheiße oh man wie alt bist denn du? 14 hi was geht ey ich hab mal ne kurze frage an dich heute ist ja ziemlich heiß ne? es geht also ja schon ziemlich heiß noch krasser ist es einfach dass du noch heißer bist also wenn du willst kann ich dir snapchat meiner freundin geben so dennergy gerade? ja ja oh die shit das ist echt ein cooler lifestyle schöne 30 minuten video 30 minuten? ab jetzt mache ich auch 30 minuten videos ne? genau i'm sexy and i know hey jo was geht warte seid ihr beide girls? the fuck you say to me you little shit hey ey du hast doch so ein porno licht ne? wie viele girls hast du da in den letzten zwei stunden weggesückt? in den letzten zwei stunden keine aber ich kann in den letzten zwei jahren meinst du einst so verschiedene oder äh ne okay sag verschiedene laura, celia, jasmina, löser, marie, wer fehlt noch? ähm ich? hey yeah 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 ne? ahhhh und das soll es soweit mit dem video gewesen sein welches video gefallen hast gerne mal einen daumen auf den umlagt gerne einen kommentar für den algorithmus vergesst noch nicht den kommentar wo ihr mir vorschlagt was für dinge ich in dem real life video machen soll also, jungs, haut rein und mädchen abonniert einfach wenn du den mit dem nicht im ne